Das Thema dieses Films ist das Sägen und Schneiden im Rahmen der Metallbearbeitung. Das Sägen und Schneiden von Metall stellt ganz besondere Anforderungen an den Handwerker, wie auch an das verwendete Werkzeug. Metall ist im Vergleich zu Holz ein harter, zäher Werkstoff. Mit der richtigen Säge lassen sich Werkstücke aus Metall zerspanend teilen und mit Schneidemaschinen sauber schneiden. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte ist der Grund. Die Inhalte ist der Grund. Die Inhalte ist der Grund. Untertitelung des ZDF, 2020